Ja, wollen wir, wo wollen wir, wie wollen wir es machen? Sollen wir zusammenstehen und jeder nimmt so jeweils seine Anmoderation auf? Ja, können wir machen. Okay, wo wollen wir stehen? Aber hier ist es ein bisschen hässlich mit Morlin. Bist du mit dem Place zufrieden? Willst du anfangen oder soll ich anfangen? Fang du an. Alle voll unangenehm. Richtig weird. Aber ich habe mir eh schon immer so vorgestellt, dass ich mal ein Video irgendwie mit anderen aufnehme und so, dass ich da eh voll Bock drauf habe. Nein! Wenn man auf Einstellungen gehen will, aber dann auf Abholservice drückt. Da steht sie. Oh Mann. Und vor allem, du hast noch gar keine American Paint Horse, gell? Nee, kein einziges. Ich bin gespannt, was du zu denen sagst. Ich weiß nicht warum, aber bei mir ist gerade das Bild übelst am Lägen. Das kommt von dir, weil als du gerade da warst, ist es auf einmal gekommen. Ich weiß nicht warum. Warte, ich tue mich ganz kurz nochmal ein- und ausloggen. Ja, jetzt ist es weg. Jetzt ist es weg. Okay. Okay, nice. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute bin ich nicht allein. Das erste Video mit einer anderen Person. Und jetzt latscht einfach direkt jemand durchs Bild bei mir. Ja, dachte ich mir auch. Egal. Ich bin mit der lieben Nook hier. Wir kaufen uns heute ein American Paint Horse. Bei ihr wird es jetzt, ich glaube, das dritte sein. Und bei mir das erste, genau. Und ja. Nice. Dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß beim Video. Ich euch auch. Oh Gott, wo reite ich jetzt lang? Ah, Chaos. Bei mir ist es auch immer übel schlimm, weil meine Pferde sind nie gepflegt. Und deswegen reite ich immer voll überall dagegen, weil die so langsam bremsen. Okay, let's go zu den American Paint Horses. Holst du dir einen oder gleich mehrere schon? Eigentlich wollte ich nur einen, weil ich habe übel viele Pferde in der Zeit gekauft. Aber ich finde die so schön. Ich weiß nicht, ob ich mich entscheiden kann. Ja, voll. Ich konnte mich nicht entscheiden. Aber du hast die eh schon gesehen an den Ständen, oder? Oder hast du dir die noch gar nicht angeschaut? Doch, ich habe mir die schon angeschaut. Nice. Ich finde die so sweet einfach. Willst du dir als erstes das holen? Ich glaube, ich nehme doch mehr als eins. Ja. Ich glaube auch. Okay, ich nehme erst mal das, was du hast. Ich nehme das jetzt, ja. Ja, sehr nice. Du musst jetzt einen Namen aussuchen. Ja, immer sehr complicated. Ich bin immer so überfordert, wenn ich mir vorher nichts ausdenke. Das Ding ist, dieses Pferd erinnert mich voll an ein Pferd aus meinem alten Stall. Aber den Namen gibt es nicht. Das ist immer so richtig sad. Ja, oh sad. Ich denke mir auch immer urviele Namen aus, die es dann gar nicht gibt. Richtig traurig. Soll ich Foxy machen? Habe ich tatsächlich auch überlegt, als ich mir den geholt habe. Das ist ein bisschen langweilig halt, aber... Ja, so ein bisschen basic. Ich habe dann an Foxtrot gedacht. Aber das gibt es nicht. Ja, voll sad. Das habe ich gesehen in deinem Video. Süß. Ja, aber Foxy finde ich eigentlich ganz cute. Ich meine, es hat einen Grund, warum es basic ist, weil es halt gut ist, I guess. Ja, ich nenne es Foxy. Okay. Ah, nice. Viel Glück mit deinem neuen Pferd. Wie ihr euch wahrscheinlich schon denken könnt, werde ich mir den süßen hier holen. Deshalb habe ich überlegt, den irgendwas mit *** zu nennen. Das ist voll süß. Ja. Ich habe mir extra meine Star-Coins gespart. Ich auch. Ich war die ganze Zeit so, ich will mir Pferde kaufen. Nein, ich muss noch sparen. Ich muss warten, bis wir unser Video gemacht haben. Ja, oh mein Gott, same. Vor allem jetzt kam ja auch die Appalooza raus. Und ich bin ja eh, wie gesagt, so ein Western-Fan. Und wollte mir unbedingt auch die anschauen und mir mindestens irgendwie einen holen. Aber ich habe jetzt erstmal gewartet, dass wir das hier zusammen machen können. Das war mir da doch wichtiger. Ich weiß nicht, welches von den anderen ich noch nehmen soll, aber ich finde das da voll schön. Also mit diesen Streifen am Bein und auch, dass das einen zweifarbigen Schweif hat. Oder eigentlich dreifarbig. Ja, voll. Ja, der ist urbunt. Also ich finde die Färbung halt eigentlich schon ganz nice. Auch mit dem Mausgrau. Nur das Gesicht nicht so. Das Gesicht ist das Einzige, was mir nicht gefällt, weil das so zu gleichmäßig im Gesicht vorne. Sieht so links aus wie rechts. Ja, voll, voll. So symmetrisch. Ich habe mir auch überlegt, den hier zu holen tatsächlich. Aber da ich halt jetzt den Fuchs habe, weiß ich nicht. Ja, voll, den schwarzen habe ich auch. Der hat Lost. Ah ja, stimmt, genau. Ich glaube, ich nehme den. Ja, der ist halt ein bisschen neutraler. Aber der hat auch eine zweifarbe Gemäne. Das finde ich auch so cool. Ja, und in der Checkung hat er halt auch nochmal so Doppelspunkte. Okay, ich glaube, ich nehme noch den. Ja, ich glaube, der passt auch voll gut zu dir. Erinnert mich auch ein bisschen mehr an so Wildpferd irgendwie. Bisschen wilder als die anderen. Ich glaube, ich nenne das Pepper. Pepper, oh mein Gott, das passt voll gut. Ja, Pepper. Passt voll gut. Nice. Gut, ich bin so gespannt, wie du die findest dann auch. Ja, ich auch. Voll. Ich habe mir übrigens auch schon Appalooza geholt. Ja, habe ich auch gesehen. Ich wollte mir tatsächlich den gleichen holen. Ich finde den so schön. Ja, voll. Ja, ich finde den urschön. Das war auch einer meiner Faves auf jeden Fall. Oha, die hat ein ganz altes Pferd. Ich finde die alten eigentlich auch immer ganz niedlich, weil ich weiß nicht, kennst du diese CD-ROM-Star-Stable-Spiele? Also so Herbst, Ritt, Sommerritt, Winterritt? Ja, ich habe mir damals mal so Let's Plays angeschaut, aber selber gespielt habe ich das nie. Ich habe die alle, also alle vier Teile, ja. Oh, voll cute. Und irgendwie dieses Gesicht von den Generation 1 Pferden erinnert mich halt voll an diese alten Spiele, weil die haben da auch so ein, ich sage jetzt mal eher mal so Comic-Figuren-Gesicht, die Pferde, finde ich. Es ist halt einfach nostalgisch und irgendwie, ich finde, man kann es auch nicht ganz miteinander vergleichen, weil es einfach ein ganz anderes Spielgefühl ist und so. Ja, wollen wir, also ich denke mal, warte, warum, wir können uns ja abholen lassen, theoretisch, oder? Also ich will auf jeden Fall mit denen zum Frisur, weil ich will, weil bei denen gibt es so coole Mähen. Ja, die sind echt schön. Also ich habe mir auch bei den beiden, die ich jetzt habe, habe ich mir auch eben zwei verschiedene Mähen geholt. Die Animation von denen ist einfach so schön. Gehe jetzt zum Frisur. Okay, ohne mich. Ich habe aber noch ein zweites. Ja, stimmt. Ich weiß nicht, ob ich die Frisur nehmen soll, die du hast, oder die mit den vielen Töpfen. Ah, ich weiß nicht. Das sieht irgendwie beide süß aus. Ich glaube, ich nehme die Mähen, die du hast, die gleiche. Ja. Die ist gefälligend ein bisschen besser, ja. Nice. Oh, ich bin so froh, den geholt zu haben. Süß. Voll toll. Jetzt auf so ein richtiges Klischee-Nuki-Pferd, was ich mir auch damals schon geholt habe oder hätte in meiner tiefen Emo-Phase drin. Nur schwarz-weiße Pferde. Ich hatte auch mal voll lang so eine Zeit, wo ich auch nur schwarze Sachen getragen habe und so voll grunge-mäßig angehauchten Klamottenstil hatte. So ganz anders als jetzt. Ich bin auch voll das Girly geworden. Mein Freund ruft mich gerade an. Ich muss ganz kurz rangehen. Ja, bis später, mein Vater. Bye-bye. So. So süß. Ach, da bist du. Oh, voll hübsch. Eine zweifarbige Dingshats. Oh, ja, schau. Und ich finde den Schweif auch so toll, dass die den einfach mitmachen, obwohl es halt ein Western-Pferd ist. Aber wir haben auch auf Turnieren, haben wir immer die Schweife eingeflochten. Oh, süß. Ja. Jetzt sehen die Popöchen gleich aus. Aber bei dir, also es fällt schon auf im Schweif, dass der anders gefärbt ist und gemustert wurde. Bei deinem sieht man auch richtig die einzelnen Haarsträhnen, auch noch die weißen. Aber deiner passt auch so gut zu dir. Und der Name ist einfach auch voll, voll gut, finde ich. Auch mit diesen kleinen hellen Punkten in der Schreckung drin, auch so ein bisschen wie Gewürze. Ja, genau. Na, ich bin auf jeden Fall happy. Aber ich finde ork, wie schnell die rückwärts gehen. Aber ich finde es lustig, dass die jetzt allgemein so eine komplette Western-Reihe auch rausbringt. Endlich. Ja. Ich bin übelst froh, dass die das jetzt machen. Und ich bin sehr gespannt, ob du dir nur einen Appaloosa holst oder, also ob du widerstehen kannst oder ob du dir doch mehrere holst. Dieses eine sieht voll aus wie von Pippi Langstrumpf, diese eine Tiger-Schecke da. Ja, voll, voll. Der kleine Onkel, den finde ich auch ganz süß. Oh, hat man gerade meine Ratte im Hintergrund gehört? Ich weiß es nicht. Ein bisschen am Eskalieren. Ja, ich muss aber auf jeden Fall noch warten, bis ich mir da noch Starkweins holen kann. Ein bisschen broke bin ich dann doch. Warte, die schreibt uns gerade. Echt? Was schreibt sie? Warte, warte, warte. Ah, ich bin auch so, die sind wirklich so schnell rückwärts. Ja. Ich bin da ja auch so sehen draufgekommen. Ich habe sie nur gerade gesehen, weil sie hat geschrieben, warte, ich kann es dir vorlesen. Was macht ihr, XD? Habt euch vorhin schon bei der Reit-Arena gesehen, lol. Und dann habe ich halt geschrieben, ja, wir nehmen auf. Ah, lol, habe ich gar nicht mitbekommen. Tut mir voll leid. Und sie hat geschrieben, abonniert. Oh, wie süß. Dankeschön. Danke. Ja, aber sie ist mir eh schon bei der Reit-Arena auch aufgefallen. Aufgefallen wegen dem Pferd, gell? Ja, voll lieb, voll die Süße. Ja, voll lustig. Aber ich glaube, es fällt halt auch auf, wenn da so zwei irgendwie miteinander so die ganze Zeit rumchillen, ja. Aber das Pferd von ihr hat auch voll die coole Animation. Also dieses kurze Hochhopsen. Da wird jemand gegrüßt. Und Sonja Mighty Hunter. Hello, hello. Auch Grüße von uns an dich, unbekannterweise. An alle Lieben da draußen. Wollen wir noch ein Thumbnail machen? Ja, voll, eh voll die gute Idee. Ich schmeiße einfach irgendwas drauf, schnell. Aber ich nehme, glaube ich, das Schneegestöber-Outfit. Ja, ich glaube, bei dem passen auch eher so schlichtere Farben. Oder so rot, grün. Irgendwo habe ich dann dieses Schneegestöber-Trense. Ich habe nur das Halfter. Das ist so schlimm bei mir. Ich räume nie auf. Ich finde nie wir irgendwas. Ich muss immer 100 Jahre suchen, weil ich einfach nur alles so in meinen Schrank klatsche. Verstehe ich. Ich bin da tatsächlich inzwischen relativ brav. Also auch im echten Leben genieße ich so ein bisschen die Ordnung. Bei mir herrscht immer kreatives Chaos. Das ist so schnell, weil das mal gepflegt ist. Weißt du, weil wenn die neu sind, dann sind die ja gepflegt. Und meine Pferde sind nie gepflegt. Nur das Blaue ist ein bisschen langweilig. Aber da könnte man irgendwie eine coolere Farbe so rot oder grün finde ich. Vor allem grün. Voll, irgendwie so. Dass man so ein bisschen die Insel und links die Bäume und Berge irgendwie noch hat. Ich mache aber bei den Thumbnails immer auf Tag, auch wenn ich nachts aufnehme. Weil ich nehme gefühlt wirklich immer nachts auf. Weil ich einfach keine Zeit habe tagsüber. Mir ist voll aufgefallen bei meinem. Der hat einfach ein Herz auf der Stirn. Das habe ich irgendwie davor nicht gesehen. Das ist nur wegen dem Zopf habe ich das jetzt gesehen. Ach, mein Outfit sieht so aus, als wäre ich noch voll im Winter hängen geblieben. Ja, es ist ja auch noch kalt. Warte, warte, einparken. Ja, bei uns liegt einfach noch übel viel Schnee. Und Abmoderation müssen wir auch noch machen, gell? Muss kurz überlegen. Mich kurz sammeln. Mach es auch kurz so schmerzlos. Ich sage eben meistens am Ende eh nicht so viel. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne ein Like da auf das Video. Und schaut auch gerne mal bei der lieben Nook hier vorbei. Ich verlinke euch ihr Video jetzt gleich noch. Und dann sage ich danke fürs Zuschauen. Und vielleicht bis zum nächsten Video. Bye, bye. Bye, bye. Untertitelung des ZDF, 2020